ja herzlich willkommen liebe zuschauer alle geschlechter wieder mit eingeschlossen wir sind am montag abend und haben mal wieder montag oder wandelgespräch und das ist ein teil unserer talks mit denen wir einen anderen lebensnerv für die wandelentwicklung erschaffen wollen nämlich die freie argumentekultur als basis also dass wir als denkende und sprechende tiere miteinander zu denken und zu sprechen beginnen weil anders wir anders gegeneinander prallen oder unsere wege gehen und die wege sich kreuzen werden wir da keine wirklichen lösungen finden können und während andere gespräche wie samstags den sinn haben dass wir da auch vor allem die orga leute also die die wirklich sich so schon mit der materie auskennen und sich da anbieten wollen auch als helfer also helfer auch als im sinne von supervisoren für leute die kommunentwicklung angehen wollen da hat der dillen mal eine super anzeige geschaltet auch wie wir da uns als supervision verstehen können und der montag ist die einstiegsrunde insgesamt so nach dem motto hier können alle mit allen freundlich über alles reden und wenn wir da ganz gut sind dann schaffen wir das auch dass kinder die oder jugendliche die sich orientieren wollen das als wertvolle anlaufstelle empfinden würden und nutzen könnten und ja wie der dillen gesagt hat sehen wir unsere talks jetzt auch seit einigen wochen in einer erweiterungsdimension weil wir denken das ganze muss auch ein großes volumen bekommen können muss auch die vertreter die prominenten der verschiedenen weltanschauungen und gesellschaftsszenen mit ein saugen können in den nachdenkprozess und da sehen wir halt in der welt dass es ganz schwierig ist das normales world economic forum oder irgendwelche zukunftskonferenzen sind oft schon in einen ideologischen rahmen reingestellt dass da gar nicht fair alle lösungsvorschläge überhaupt auch nur in den blick kommen könnten geschweige denn dass es nach argumentequalität gehen würde statt danach wie gut das in bestimmte macht und geldinteresse reinpasst und das ist die idee dass wir unsere talks ausdehnen in die dimension eines new world economic forums oder einer zukunftskonferenz mit fairer offenheit für alle lösungsvorschläge und ja das ist für uns aus unserer sicht eben der entscheidende lebensnerv für die persönliche veränderung für gemeinschaftsbildung und für die große politik wir müssen zumindest mit freier argumentekultur die lösungsvorschläge sehen und prüfen können dann können wir schauen was da rauskommt auch inhaltlich an bestmöglichen lösungsvorschlägen wir verstehen uns der dillen und ich dabei auch sozusagen schon als ein keimling für kommune miteinander also digitale kommune weil es zwar wichtig ist eben orte zu schaffen wo man direkt auch zusammenleben kann als kommune haben wir auch diese orte der dillen in köln süd seine wohnung und ich habe noch andere projekte in ganz deutschland wo man so leben könnte das ist zwar eben auch wichtig und da müssen am ende auch so ortsgruppen zusammenwachsen aber das entscheidende ist die bereitschaft zum offenen ehrlichen denken und ja die lösungen zu sehen die die besten argumente haben und das haben der dillen und ich zumindest ganz oben bei uns als wertprinzip stehen gut was gibt es noch zu sagen heute sind wir vielleicht zu zweit ich weiß jetzt nicht ob andere sich dazu geschaltet haben aber ich habe gehört das waren ja in der letzten zeit sogar regelmäßig ziemlich regelmäßig fünf unterschiedliche weltlösungs weltlösungs entwürfe sozusagen für die für die probleme fünf gewesen heute sind bei ausnahmsweise nur zwei ja es können aber auch noch welche dazu kommen und ich sage mal erklärend zu euch liebe zuschauer wir gehen da auch knallhart nach dem maßstab klasse stadt masse also man könnte natürlich an tausend stellen sich verzetteln in irgendwelchen gesprächen in anfangszeichen wo die leute willkürlich ihre filme einfach gegeneinander oder durcheinander abspulen aber ohne die bereitschaft zur freien argumentekultur ja ist das eigentlich oft ja zeitverschwenderischer bildwuchs und das wollen wir eben nicht und es ist bedauerlich dass da so wenig menschen dann auf direkt dieser ebene der freien argumentekultur mitmachen wollen ich sage vielleicht an der stelle ein beispiel weil es ganz was wichtig ist ja ich wurde letztens noch mal wieder eingeladen werde ich immer mal wieder in einen anderen kreis das ist so eine so eine spieler plattform computerspiele plattform wo die sich auch austauschen und da hieß es ja da gibt es eine gruppe die sagt auch dass sie freie argumentekultur praktizieren will und da habe ich den betreffenden der mich eingeladen hat also ich werde da schon auch hingehen aber ich habe ihm schon mal geschrieben die ernsthaftigkeit so eines anspruchs zeigt sich aus meiner sicht daran nicht ob man über irgendwelche lieblingsthemen jetzt auch wirklich mal einfach frei miteinander reden kann zum beispiel eben welches computerspiel man spielen will oder ob man abends lieber ins kino oder ins theater oder in die disco gehen will da kann man sich vielleicht denken man kann richtig frei argumentieren und merkt gar nicht dass man nur auf einer begrenzten spielwiese ist die gar nicht wirklich zur freien argumentekultur wird das merkt man wenn auch heikle stellen zum thema gemacht werden können und wenn dafür auch überlegt wird welche methoden und welche sicherungsmechanismen muss man dann haben damit das auch nicht gleich wieder ausgehebelt wird also von innen dass zum beispiel die menschen überhaupt fähig werden ja diskurstechniken oder konfliktklärungsgespräche oder methoden anzuwenden wenn es so ist dass die leute nett miteinander reden und dann geraten sie in konflikt und dann hauen sie sich beleidigungen um die ohren oder der eine schmeißt den anderen raus aus dem chat oder was auch immer dann ist das natürlich keine freie argumentekultur das heißt man müsste für den inneren umgang innerhalb des chats oder innerhalb der plattform müsste man sicherungsmethoden wie konfliktklärung und verhinderung von diskriminierung und korruption und willkür ausschlüssen das müsste man methodisch auch bereit sein zu klären und nach außen hin damit nicht der staat kommt und sobald die heiklen themen dann wirklich überhand nehmen das ganze einfach schließt müsste man sich überlegen welche methoden sind sinnvoll um gegenüber äußeren gewalten bestehen zu können und das wäre zum beispiel der anspruch an die uns umgebende gesellschaft gibt uns einen ausreichend großen oder gesellschaftsrelevanten rahmen dass wir nicht hinter der ecke sozusagen einfach platt gemacht werden können und gibt uns sicherungs instanzen oder auch solche sicherungsmethoden dass wir auch nach außen hin zum beispiel die konfliktmethoden da anwenden könnten also dass nicht einer einfach sich dann durchsetzt sondern dass man miteinander redet und dann auch andere zur objektivierung geeignete konfliktbearbeiter mit einbeziehen kann oder es vor die gesamte vielleicht wirklich erst einmal anfangen weil denn letztendlich geht es darum dass dieses die idee das new world economic forum und all dieser talks in all ihrer mund multifunktionalität die du ja umrissen hast ist dass wir hier im gegensatz zur gesamten restwelt freie argumentekultur praktizieren wenn sie also lieber fernsehzuschauer zum beispiel einen lösungsansatz für die welt oder für für besseres leben haben könnten sie hier unsensiert teilnehmen sie würden also quasi wenn sie sich jetzt für den nächsten samstag melden zum beispiel können sie nach einem ganz kurzen vorgespräch dass man also versteht was ihr lösungsansatz ist aber es ist völlig egal wie der lösungsansatz ist hauptsache sie können ihn mit ein zwei sätzen überhaupt oder mit ein paar sätzen überhaupt formulieren ja und nur das wird geprüft und wenn es egal welcher lösungsansatz ist sie werden unzensiert und ohne cancel culture grundsätzlich zugelassen das ist das der einzige ort auf der welt wo das so ist überall sonst wird zensiert ausgewählt und gesagt das wollen wir nicht hören das das wollen wir nicht hören das wollen wir nicht hören nur das wollen wir zulassen dafür kriegen wir geld oder das ist reich und ist über viel geld nach oben geploppt und das bringen wir weil das bringt zuschauerquote und so weiter das interessiert hier alles nicht den diplom theologen jürgen wagner sondern ihn interessiert nur sie haben lösungsansatz dann sind sie dabei das einzige was gemacht wird dass sie die leute in eine gruppe vielleicht zusammengefasst werden zum beispiel alle etwas zum beispiel alle enteignungskonzepte werden zusammengefasst oder alle geld abschaffungskonzepte werden in eine gruppe gebildet sodass es nicht in ein chaos der millionen stimmen übergeht sondern es werden gruppen gebildet aus den wesentlichen ansätzen zum beispiel derer die zum beispiel reiche sehr hoch besteuern wollen zum beispiel das könnte eine gruppe sein und so weiter und so hat man dann und und auch ich gehöre ja zur gruppe der gemeinwohl ökonomischen wirtschaftsvarianten ja und und so und dieses unzensierte und das ohne cancel culture ist der wesenskern des ganzen hier deswegen habe ich die ganze zeit schon das bild eingeblendet freie argumente kulturen was nämlich die schriftliche variante davon ist ja das heißt zeige ich mal das bild das world economic forum da ist es nämlich so das empfinden da habe ich selbst angerufen dort herrscht knallharte zensur und cancel culture da wird man also so abgecancelt als bittsteller unsere 23 professoren und unsere bundesministerin mit einem neuen wirtschaftsansatz ja die sollen gefälligst mal als bittsteller sagen brav mal eine mail schicken und so weiter was sie garantiert nicht täten wenn beiden gerade angerufen hätte da würden sie den sofort durchstellen ja und diese cancel culture ja das ist das was sie was wir überall sehen und hier ist der einzige ort wo die chance besteht dass auch die lösungsansätze die sich nicht als geschäftsmodelle durch viel geld im hintergrund hoch arbeiten in die bekanntheit sondern die gut besten nach argumenten qualität gehenden besten ansätze sich eine chance haben am ende durchzusetzen und das unterscheidet das new world economic forum von allem anderen auf der welt kann man so sagen hört sich jedenfalls gut an und wir machen es jedenfalls so und wenn andere stellen noch da sind wo man es auch so macht dann können wir uns ja mit denen wenn wir uns mal irgendwann erkennen können wir uns ja zusammentun das wird dann ja kein problem sein es gibt keine anderen ich habe so lange gesucht und ich habe nichts gefunden außer hier freie argumente kultur auf jürgen wagner der einzige der es ernst meint das freie argumente kultur auf jürgen wagner der einzige der es ernst meint das freie argumente kultur auf jürgen wagner der einzige der es ernst meint so und dann lege ich jetzt mal los ja genau jetzt haben wir ja den einstieg dann hinreichend erklärt genau jetzt haben wir wirklich ausführlich die theorie das müssen wir lernen kürzer zu machen denn sonst sind alle zuschauer weg irgendwann schneller in die verschiedenen weltansätze reinkommen auch wenn sarah wagenknecht jetzt da wäre dass wir dann schneller da rein kommen und ich versuche jetzt mal ich versuche jetzt mal den fernsehzuschauern nicht so groß wie möglich zu zeigen weil die 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 haben nur die chance dass ich hier das vergrößere und größer geht es halt nicht größer bin ich nicht zu sehen ich wollte ja am anfang heute mal live zu sehen sein die fernsehzuschauer sehen mich jetzt hallola ich winke was ist jetzt los ich bin da ja nee ach so das war ich muss immer bedenken dass die zeitverzögerung liebe fernsehzuschauer ich sehe immer erst was sie sehen immer erst fünf sekunden später die zeitverzögerung ist doch erheblich 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 ja aber gut fünf sekunden sind ja verkraftbar ja dann lege ich jetzt mal los in dem ich mal einfach meine redezeit beginne und erst mal gucke was ich mir heute für heute vorgenommen habe erstmal muss ich meine themen sagen also ich fange an ich empfinde mich ja hier grundsätzlich schon in dem schwerpunkt das new world economic forum trotz aller multifunktionalität ist das ja mein schwerpunkt new world economic forum und die themen heute die ich bringe sind ja wie immer gemeinwohl ökonomie nach christian felber gewö plus gemeinwohlorientierte wirtschaftsordnung gewö der next scientists for future vom weltra sie sehen es da ist auch ein blinder computer anschluss vom weltragen heute mit zu sehen und angezeigt das ist nur der technische computer der da noch mit drin hängen und dann geht es mir natürlich auch darum dass wir sagen wenn wir es jetzt nicht schaffen den termin nicht kriegen von der bundesregierung wir haben erst die erste e mail bekommen noch nicht die termin e mail von der bundesregierung von teilen der bundesregierung wenn wir die wenn wir diesen diese termine mit der beratung wenn wir nicht zu den beratern der bundesregierung werden als weltrat und next scientists for future dann haben wir nur die partei des gemeinwohls und die zeige ich jetzt mal an moment dazu muss ich hier wieder kleiner machen technik ist sehr aufwendig ich werde hoffe ich werde immer besser und immer schneller damit werden da war es doch schon was ich suchte die kompetente hier haben wir die partei des gemeinwohls das könnten sie fernsehzuschauer dann auch sehen wenn ich ein bisschen runter scrolle hier ist die internetadresse dann brauchen sie nicht danach zu googeln ja hier da ist die das ist eben der punkt diese partei des gemeinwohls ist dann meine größte hoffnung weil der aufbau zum beispiel meiner gemeinschaft köln süd das gestaltet sich also sehr mühsam und zäh und ich weiß nicht wie schnell so etwas dann überhaupt möglich sein wird wobei ich jetzt hier auch wieder nachhelfen kann indem ich das groß stelle und ja und dann lese ich mal an was ich mir für heute vorgenommen habe an sich hatte ich mir vorgenommen aber das setzt eigentlich die fünf teilnehmer voraus dass man demnächst für demnächst empfehle ich also dass wir dann so mal so vorgehen dass wir einfach mal gucken aha liebe fünf unterschiedlichen lösungsentwürfe wie seht ihr zum beispiel was habt ihr für ein bild wenn ihr an die zeit vor dem urknall denkt und so dass wir dann in zehn bis 15 groß schnitten von vor dem urknall bis heute durchgehen und da mal die wesentlichen unterschiede im weltbild und menschenbild deutlich machen so dass sie als zuschauer als live zuschauer dann auch die möglichkeit haben zu sagen welcher ansatz ist für ihn eher an der realität gegründet vor allem kann man dann auch unterschiedliche wahrheits kriterien formuliert mein wahrheits kriterium mein einziges wahrheits kriterium das noch übrig geblieben ist lautet nämlich liebe leute prüfen sie doch mal wer kann an der täuschung andere meisten gewinnen also wenn jemand zum beispiel falsche informationen über die entstehung der galaxien liefert wer kann da profitieren indem er falsche sensationelle informationen liefert wer kann vielleicht eine karriere machen dadurch dass er nicht dahinter das licht führt besonders wenn die anderen forscher alle auch über super teleskope verfügen und sagen nein was der sagt ist ein märchen die 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 bilder sprechen eine ganz andere sprache und wenn sich dann viele wissenschaftler sagen dass der uns reinlegen will dann würde der auf fliegen also würde ich sagen also das bild dass uns die naturwissenschaftler von der von der entstehung der galaxien malen das ist wahrscheinlich relativ realistisch weil ich da nicht sehe wer geld verdienen könnte dadurch dass er mich reinlegt und vor allem dass er ob er unwidersprochen bleibt hat um unwidersprochen zu bleiben müsste es ja mehrere leute geben die geld verdienen können damit dass sie mich hinters licht führen und falsch informieren und deswegen ist das mein wahrheitskriterium ja und da ist schon meine zeit schon wieder sich dem ende nähert wir sagen ja immer kurz ja dass wir das piepen gehört haben ist dann also setzen dann neu an beende ich meinen ersten beitrag damit dass ich sage ich werde ab der nächsten runde dann schildern wie die gemeinwohlorientierten wirtschaftsmodelle und wirtschaftsvarianten die gemeinwohl ökonomischen wirtschaftsvarianten aussehen und wie äh sozusagen äh ich ihr leben liebe fernsehzuschauer besser machen möchte und glücklicher machen möchte ich gebe wieder weiter an diplom theologe jürgen wagner ja dankeschön dillen danke für das gesagt hast ich sag mal gleich dazu es seht ihr aber schon liebe zuschauer ja auch auf den bildern die da eingeblendet sind ich bin sicherlich bekannter als öff öff gibt es ja auch wikipedia artikel und so also ich habe als systemaussteiger da versucht ganz anders zu leben ohne papiere und geld schon vor mehr als 30 jahren und habe die schenker bewegung ins leben gerufen oder bewegung für ganzheitliche nachhaltigkeit und ja also ich finde an dem was der dillen gesagt hat den punkt wirklich auch sehr spannend und auch wenn wir das beim nächsten mal vielleicht mit mehr leuten noch ausführlicher machen kann man das bestimmt jetzt auch schon ansprechen also was sind grundmaßstäbe das irgendwo wahrheit ist dass man irgendwo ja an der echten stelle angekommen ist auch wenn wir uns beschweren oder in anführungszeichen rumnörgeln dass die leute sich alle woanders rumtreiben als hier bei uns mitzumachen da gehört ja ein selbstbewusstsein zu eben warum wäre das hier besser oder wertvoller auch für alle und für die betroffenen selbst wenn sie hier mitmachen würden weil die könnten ja sagen mensch seit mal nicht so überheblich es gibt ja auch noch andere gesprächsmöglichkeiten und veranstaltungen wo man da teilnehmen kann nicht nur eure talks und da haben sie auch recht dass es das gibt ich habe ja in meinem einstiegs beitrag der einfügung hier zum heutigen abend habe ich schon gesagt ich finde es total faszinierend dass es sogar ab und zu solche versuche gibt so meinungsfreie austausch plattformen anzubieten sowas wie eine freie argumentekultur aber ich habe schon gesagt ob man dann da richtig ist oder ob man seine zeit vergoldet und ob was anderes besser ist substanzieller ist da kann man sich ja überlegen was sind maßstäbe an denen man das festmachen kann und wenn man in einem chat ist wo die leute sich gar keine gedanken darüber machen was dann freie argumentekultur bedeutet und wie man sie methodisch gestalten und absichern kann da kann man schon ja ängstlich werden und in den meisten fällen wird man feststellen dass die wieder sagen sie sind für freie argumentekultur schon untereinander sobald einem das was der andere sagt nicht gefällt anfangen ausgrenzen zu wollen oder im konfliktfall mit nicht argumentativen methoden gegeneinander kannten also schon dieses wir praktizieren den offenen diskurs mit dem anderen und bei schwierigkeiten und streit gehen wir in geordnete konfliktklärung also wie es seit etlichen jahrhunderten und jahrtausenden da gute methoden für gibt die auch die moderne friedens- und konfliktforschung bestätigt also dass wenn zwei sich nicht einigen können dass sie dann ihren kreis weiten um konflikthelfer mediatoren oder ich sag jetzt mal in einem idealistischen stand immer mehr objektivierende mitschauende und mitredende bis man das dann vielleicht vor die entscheidungsgruppe bringt die gesamte entscheidungsgruppe also schon an diesen stellen scheiden aus meiner sicht die meisten plattformen die da sagen sie sind für freie argumentekultur schon wieder aus weil die leute untereinander und vor allem die die es gegründet haben oder der gründer manchmal ist auch nur einer sich dann doch willkürlich durchsetzt oder in streitigkeiten ganz anders sich verhält als es der freien argumentekultur entsprechen würde und ich habe es eben in vielen jahren jetzt so erlebt dass wenn man sich auch nicht nach außen gedanken macht dass es wirklich so ist das ganz tolle beispiel alle foren alle schriftlichen foren die ich früher kennengelernt habe waren immer zensiert von einem terroristischen moderator der immer willkür betrieben hat ja genau so so trifft man das meist an auch wenn erst mal so ein leuchtend schöner vorhang davor hängt aber man sollte ja dahinter gucken und ich habe ja jahrelang jetzt hier auch nach außen auch sogar in arbeitskreisen auch mit vertretern von stadt und landkreis und so weiter da wo ich mich engagiert habe habe ich versucht eben was für nachhaltigkeitsentwicklung zu tun und also faszinierend dass es dann passieren kann dass man erst im kreis ganz nett miteinander redet und jeder hört auch zu und man denkt sich hier kann die meinung frei sein und dann berührt man themen die die herrschenden strukturen zu sehr ankratzen also in einem falle war das wirklich so dass da in einem kreis der aus dem betreffenden landkreis eine nachhaltigkeits modell region machen wollte und es ging um die organisations form die man sich geben würde da haben die leute dann gleich die üblichen ideen gehabt wie gemeinnütziger verein und genossenschaft und so auch weil die gut fördermittel kriegen vom staat und ich habe gesagt leute wir müssen uns da jetzt mehr gedanken machen wie wir die freie argumentekultur auch ja methodisch gestalten und absichern können denn bei einem gemeinnützigen verein zum beispiel setzt man das finanzamt als die höchste autorität ein jetzt beurteilt ist das gemeinnützig oder nicht und den ganzen verein quasi aushebeln könnte und wer von uns wird das finanzamt als die höchste instanz für nachhaltigkeit betrachten also da habe ich den vorschlag gemacht wir machen es so dass wir zumindest erstmal mit beratender funktion neben die ganzen vorhandenen instanzen eine nachhaltigkeitsagentur ja ich habe das bieten war genau also ich habe den vorschlag gemacht wir machen da freie argumentekultur und setzen als höchste instanz wo sich auch das finanzamt mit durchprüfen lassen müsste setzen wir eine nachhaltigkeits und friedensagentur ein und zack bumm kaum war dieser vorschlag dann so da und die teilnehmer des kreises haben da wirklich aufmerksam zugehört und haben gesagt oh hört sich eine gute idee an das wollen wir gerne weiter verfolgen war das dann beim nächsten mal quasi ausgehebelt und ich bekam hinten oben mitgeteilt dass irgendwelche mächtigen leute eingegriffen hätten und hätten gesagt der arbeitskreis geht nicht weiter oder zumindest jetzt nicht mit öff öff und mit dieser idee da eben der nachhaltigkeitsagentur also das muss sofort rausgenommen werden oder es läuft überhaupt nichts weiter da in richtung arbeitskreise oder veranstaltungen und so weiter das heißt also ich habe dann gefragt ich habe wirklich denjenigen also einen vom einer der ein staatlich bezahlter war habe ich gefragt guter mann das ist doch völlig gegen die regeln und maßstäbe die wir uns dann im arbeitskreis gegeben haben und sind die leute die da von außen so als mächtige einwirken sind die wenigstens irgendwie in ein gespräch einbeziehbar vielleicht auch für die gruppe oder sonst für mich oder sind die irgendwie auf auf argumente ansprechbar und da hörte ich die klare antwort von jemandem der da eben staatsbezahlt war und der gerade diesen arbeitskreis quasi aushebelte nein öffi die wissen doch dass sie da jetzt schlechtere argumente haben deshalb wollen sie da auch nicht drüber reden die setzen sich jetzt einfach durch und deshalb liebe leute wisset man muss sich schon genauer gedanken machen was freie argumentekultur ist oder sein soll wie man sie schützen kann sonst ist es allzu leicht so dass man nur eine nicht ernst nehmbare spielerei betreibt ich gebe an den dillen und ich verzichte jetzt mal drauf dass man mich wieder groß im bild sieht man sieht mich ja noch klein im bild ich mache sogar mal den ohrwärmer noch mal kurz ab da ich ja grundsätzlich nicht heize also bei uns wird grundsätzlich ist immer das fenster auf und wird nicht geheizt weil es gibt doch warme kleidung und es gibt doch ohrwärmer und dann brauche ich kein kein heizöl zu verbrauchen sinnlos ne völlig vor allem ist es auch viel gesünder seitdem ich nie mehr heize geht es mir gesundheitlich noch besser ne und ja aber ich will jetzt ich bin jetzt im new world economic forum und sarah wagenknecht und all die anderen mit ihren lösungsentwürfen sind jetzt da und ich sage jetzt was ist für mich das was ihr leben für liebe fernsehzuschauer live zuschauer besser macht übrigens liebe live zuschauer morgen früh erscheint dann die aufzeichnung der heutigen sendung in der viel besseren bildqualität na aber das ist so und zwar wo ist das schaubild ich suche jetzt nach dem richtigen bild dafür für mich ist das entscheidende bild jetzt hier ist das hier wieder mal das bild der menschengruppen weil das ist das kann man jetzt verstehen als gemeinschaften hier zum beispiel die gemeinschaft köln süd dann die anderen zehn gemeinschaften die der diplom theologe jürgen wagner ff anzubieten hätte als locations die eben mit wirklichen leuten gefüllt werden muss also meine harte these lautet alle gemeinschaften die bis jetzt irgendwo existieren sind eigentlich schein gemeinschaften das sind kapitalistische wohngemeinschaften wo man in kapitalistischer weise ein bisschen zusammen wohnt und vielleicht beim zek zentrum für experimentelle gesellschaft gestaltung vielleicht so ein bisschen ali wie mir versuch mäßig versucht was besser zu machen in wirklichkeit betreibt man kapitalistische geschäfte und zockt aus meiner sicht mit minderwertigen beziehungsweise qualitativ völlig irrelevanten kursen für die ich nie auch nur einen cent ausgeben würde weil warum soll ich für unwahrheiten geld ausgeben damit kassiert man die die bevölkerung in ganz kapitalistischer manier ab und das sind keine gemeinschaften das ist nichts aus meiner sicht ja das heißt also wir haben hier die chance die gemein gemeinschaft köln süd und die zehn locations das diplom theologen jürgen wagner und die kleinen kommunen gemeinschafts keimlinge die es da überall gibt mit guten vernünftigen leuten zu füllen die wirklich wachsen wollen die aus dem kapitalismus im kopf und dem kapitalismus außen heraus wachsen wollen und schon eine neue realität leben wollen und nicht nur so tun wollen als ob ich sage immer so an so einer anti ukraine kriegsdemo so als party konsum teilnehmen wollen ja so ein bisschen party tanzen auf der demo gegen den ukraine krieg das macht doch spaß und ist schick und so weiter und da lauf ich mit die leute merken nicht dass sie damit auch nur wieder mitläufer im kapitalismus sind denn diese demos haben aus meiner sicht nicht mehr wirkung als als ein spiel eine party im rahmen des kapitalismus die erlaubt die aber nie etwas an seiner struktur ändern werden das struktur müssen wir ändern durch die gemeinwohl ökonomische welt wende und die geht so dass wenn wir jetzt mal die ebene der selbst jetzt eröffneten gemeinschaften zu denen wir natürlich herzlich einladen mal vergessen dann wird die gemeinwohl ökonomische wende von selbst wieder zu den gemeinschaften zurückführen automatisch denn wenn der mensch ein gemeinschaftstier ist und da bin ich aus der naturwissenschaftlichen sicht ganz sicher dann wird auch eine gesunde gesellschaft wieder zu den gemeinschafts lebensweisen wieder zurückfinden und wie macht das die gemeinwohl ökonomische wirtschaftsvarianten wende der menschheit indem wir christian felbert gesagt den unternehmen die uns gutes tun die bisherigen finanziellen nachteile ausgleichen und ihnen eher steuervorteile geben und andere am ende letztendlich finanziell sich auswirkende vorteile geben damit sie gegenüber anderen gewinnen können wir bei der gwo gemeinwohl orientierten wirtschaftsordnung von weltrath und next scientists for future gehen noch viel weiter als christian felbert also uns ist dieser ansatz zu jugendlich mangelhaft sozusagen wir bieten also wir wollen noch viel weiter gehen als christian felbert wir sagen dass zum beispiel der hausarzt nur noch dann gutes geld bekommt wenn er besser als andere ärzte es schafft den menschen zu helfen dass sie immer seltener krank werden möglichst nie krank werden möglichst nie krebs bekommen und dafür wird er von selbst die hausarzt gesundheitsgemeinschaften gründen in denen das ganze freizeitleben der menschen in einer ungeahnten gesundheitsförderlichen qualität stattfinden wird einsamkeit wird kein thema mehr sein depression wird kein thema mehr sein weil alles eine lebenslustige party ist in den freizeit und wochenendkurs angeboten der hausarzt gesundheitsgemeinschaften der hausarzt gesundheitsgemeinschaften und der hausarzt wird natürlich auch immer wieder ansprechen leute wer möchte in eine gemeinschaft ziehen weil dann werdet ihr noch gesünder leben können wenn es gut super bediert ist und dann werdet ihr noch seltener krank werden und dann verdiene ich noch mehr und das ist die wunderbare zukunftswelt auf die ich warte der gemeinwohl wirtschaftlichen wende der menschheit und ich gebe wieder weiter an den hallo dein mikro ja hat der der schalter hat nicht gleich funktioniert danke dir für das was du gesagt hast und ja also ich finde es total spannend dass wir überlegen was sind maßstäbe maßstäbe für die echtheit dass es da wirklich auch was an substanz gibt bei den angeboten bei den gemeinschaftsangeboten bei den talks und freie argumente plattformen und das berührt die frage auch was ist für einen selbst eigentlich auch der grundmaßstab um irgendwo zu sagen da lasse ich mich drauf ein hat ja mit vertrauen zu tun also egal ob es darum geht jemand lädt mich ein und sagt hier kannst du frei deine meinung äußern ob das dann so ist oder ich dann nach zwei wochen feststelle das wird für diskriminierung missbraucht hat ja alles mit vertrauen zu tun diese vertrauensmaßstäbe betreffen natürlich auch das ganze gesellschaftliche leben ich werde mir meine freunde oder meine meine familie meinen stamm werde ich also wenn ich schlau bin werde ich das nach vertrauensmaßstäben mir aussuchen und die große thematik ist ja in der gesellschaft leider ist es so dass die menschen alle ihre steuerruder aus meiner sicht abgeben an autoritäten also die staatlichen herrscher obwohl sie eigentlich wenn sie wenn sie es prüfen würden sehen müssten wir geben da unsere steuerruder an leute ab die haben uns gar nicht richtig gefragt und die handeln nicht wirklich vertrauenswürdig also allein schon dass sie uns das gar nicht als entscheidung vorlegen als richtige entscheidung nicht nur ihr könnt ja jetzt alle vier jahre wählen gehen sondern wollen wir überhaupt diese art von rahmen des wahlsystems oder derartiges alles ja dadurch dass sie schon einem da gar nicht klar machen was man selbst mit recht entscheiden könnte sind sie nicht vertrauenswürdig und insofern also die vertrauensfrage ist was ganz wesentliches und ich sag mal so ich glaube dass nach außen hin gegenüber anderen menschen es drei maßstäbe gibt die ich für sehr einfach halte vielleicht sind sie euch ja auch bekannt schon liebe zuschauer aber in der klarheit dass sie gesehen und angewendet werden ist es aus meiner sicht absolut erschreckend wie wenig das geschieht man kann sich ja dann selbst auch mal prüfen ich nenne die dreimal wahrscheinlich komme ich in diesem beitrag dann nicht dazu die frage ob man sich selber überhaupt vertrauen kann noch zu stellen das mache ich dann im nächsten beitrag aber erstmal was sind die vertrauensmaßstäbe jetzt für leute nach außen hin und da sage ich immer das ist erstens durchschaubarkeit weil sonst weiß ich sowieso nicht woran ich mit dem anderen bin der kann ja die übelsten absichten mir gegenüber haben aber auch durchschaubarkeit ist ja nicht ausreichend weil es kann ja sein der andere ist ein aggressiver egoist aber er macht da gar keinen Hehl draus also ich kann schon erkennen der wird mich gewalttätig und ausnutzerisch behandeln dann kann ich das zwar durchschauen aber es ist ja absolut kein Grund eben vertrauen dem gegenüber aufzubringen das heißt der zweite maßstab den könnte man so formulieren ich muss verlässlich das gefühl haben können oder die Erkenntnis haben können dass der andere nach Maßstäben geht die mir gut tun so und dann kommt die dritte Ebene oder die dritte Dimension die meisten Menschen werden sagen okay ja dann gucke ich ob er mir gut tut oder ob das was er tut mir gut tut und denken nicht gleich an die ganze übrige Welt mit also leider ist es so dass die meisten da an Tellerrandmaßstäbe oder Dimensionen gebunden sind schrecklicherweise ein frecher Spruch dazu lautet ja auch die Menschen träumen mehr von einem Lotto gewinnen für sich als von Gerechtigkeit für alle also das ist natürlich ein riesengroßes Problem aber jetzt denken wir uns mal die Vertrauenswürdigkeit oder das Verantwortungsvertrauen zu Ende so wie ich für mein Leben entschieden habe also ich will ein Mensch sein der geht nach dem Maßstab global denken lokal handeln das heißt mein Wohl soll mit dem Wohl der Welt identifiziert werden und wenn das so ist dann kann man die Vertrauenswürdigkeit von Menschen auch so beschreiben also als Maßstab durchschaubar müssen sie sein sie müssen sich verlässlich nach Werten richten die mir gut tun und da mir das gut insgesamt gut tut muss es so sein dass sie verlässlich nach Wertmaßstäben wie global denken lokal handeln sich richten da kommt man natürlich dann auch bei nicht gerade allzu vielen Menschen raus die diese Vertrauenswürdigkeitskriterien erfüllen ich sagte ja schon die meisten träumen lieber vom Lottogewinn aber man hat greifbare Vertrauensmaßstäbe und man könnte sich danach richten und so wie man gegenüber freie Argumente Plattformen schauen sollte ist denen überhaupt bewusst was sie machen wollen und schaffen sie dafür gute Methoden und Sicherheitsrahmen so sollte man in allen anderen Bereichen auch schauen dass man also man sollte in allen Lebensbereichen danach schauen dass man die Vertrauensmaßstäbe und Vertrauensprüfung angemessen gewichtet weil man will ja nicht auf die Schnauze fallen und ich rede ja hier darüber weil ich eben auch nicht möchte dass Menschen vermeidbar auf die Schnauze fallen also insofern lasst uns nach Vertrauenswürdigkeit gehen und Vertrauensteams und Vertrauensgemeinschaften auch miteinander bilden ihr seid ja herzlich eingeladen weil wir nach diesen Vertrauensmaßstäben uns beurteilen lassen wollen und die Hoffnung haben dass wir da auch bestehen können bei solchen Vertrauensprüfungen okay dann gehe ich wieder an den Dill ja und der ist ja jetzt schon wieder im Sofa-Modus und da hängt das Bild jetzt an der Wand leider ist es zu dunkel geraten und das hängt noch schief das werde ich nachher korrigieren aber jetzt gucke ich erst einmal dass ich wieder die Präsentation kriege die ich wollte so da sind jetzt husche ich wieder schön zu dem Bild hin jetzt habe ich die falsche Richtung so jetzt husche ich mal schnell zu dem Bild hin das ich wollte ja also das heißt was mich so glücklich machen würde an der Gemeinwohl wirtschaftlichen Wände sozusagen der Menschheit das ist eben genau genau dieses nämlich dass diese Hausarztgesundheitsgemeinschaften ja da kriege ich alles kostenlos also wir haben ja eine Welt wenn sie heute ins Fitnessstudio gehen da müssen sie bezahlen für da müssen sie extra bezahlen sie zahlen also was weiß ich 400 Euro für ihren Krankenversicherungsbeitrag und dann gehen sie ins ins Fitnessstudio da müssen sie nochmal zahlen da müssen sie im Sportverein nochmal zahlen dann gehen sie in Volkshochschulkurse da müssen sie nochmal zahlen dann gehen sie gehen sie in die in die in die Tanzschule und für diese gesunde Aktivität müssen sie nochmal bezahlen für eine gute Ernährungsberatung müssen sie nochmal separat bezahlen und so ist es quasi so dass sie eigentlich dass die Krankenkasse verschleißt ihr Geld für dieses Krankmachsystem das Gesundheitswesen weil das muss ich vielleicht erklären wenn ein System davon lebt also wenn der Arzt wie bisher im Kapitalismus in der Marktwirtschaft immer nur gutes Geld verdienen kann wenn sie möglichst oft und möglichst häufig und möglichst ununterbrochen krank sind nämlich chronisch krank sind ein Dauerkunde sind ein Dauerpatient dann bringen sie ihm am meisten Geld und leider entsteht dann eine Evolution von vorteilbringenden Irrtümern das heißt ein Arzt ein Früharzt der sich geirrt hat und die Patienten krank gemacht hat unter dem Vorwande er würde sie gesund machen sie umgewandelt hat in Dauerpatienten und Dauerkunden indem er ihnen zum Beispiel mach nur ein Beispiel welcher Arzt geht hin und sagt ihm wenn sie richtig abnehmen und zwar so richtig schlank werden wie ein Mensch sein muss dann verschwindet das Bauchfett das um ihre Bauchspeicheldrüse gegruppiert ist und dieses Bauchfett wenn es dann weg ist das sozusagen sorgt dann dafür dass die Bauchspeicheldrüse auch ihre Bauchspeicheldrüse wieder anfängt zu arbeiten und dann brauchen sie eben nicht lebenslang Medikamente von der Pharmaindustrie abzukaufen und so weiter und wenn sie sich selbst prüfen dann werden sie feststellen das macht kein Arzt kein Arzt sagt ihnen dass wenn sie richtig abnehmen und zwar richtig nicht nur so ein bisschen dass dann wenn das Bauchfett rund um die Bauchspeicheldrüse ist dass dann auch ihr Diabetes weggehen kann das sagt er ihnen nicht weil er das nicht gelernt hat weil er nämlich nur vorteilbringende Irrtümer gelernt hat die Geld bringen und Geld bringt es eben wenn sie ein lebenslang kranker Mensch bleiben und deswegen werden sie nur als Dauerpatient im kranken Zustand festgehalten und das ohne jegliche böse Absicht denn der Arzt glaubt ja nur einfach die vorteilbringenden Irrtümer die er im Studium als Wahrheiten unterrichtet bekommen hat von Professoren die diese Irrtümer auch wieder für Wahrheiten hielten und deswegen ist also das Gesundheitswesen im Kapitalismus Krankheitsmachen verschleißt deswegen ihren krankenversicherungsbeitrag und für diese ganzen Fitnessdinge und Gesundheitskurse und Tanzkurse und so weiter ist kein Geld mehr übrig in der Gemeinwohl Wirtschaft bekommt der Arzt quasi nur noch für gesunde Menschen Geld für Gesundheitsförderung für bewiesene Gesundheitsförderung und da ist es dann so dass vielleicht das noch als Schaubild jetzt für Sie das ja wo ist denn das Schaubild nee das war in der anderen Richtung so da ist es doch da ist es also in der Gemeinwohl Wirtschaft wollen wir die Wohlfühlnoten die Wohlfühlstimme koppeln auch mit einer Gesundheitsaufwand Erwartungskurve und wollen messen den Vergleich zwischen einer Gesundheitsaufwand Erwartungskurve und dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand so dass jeder Arzt sich über möglichst viele Schwerkranke in seiner Klientel freut anstatt sie rauszuekeln sich darüber freut weil er dort am meisten verdienen kann wenn er Menschen bei denen zum Beispiel eine hohe Operationswahrscheinlichkeit besteht wenn er es schafft dass die ohne Operation gesund bleiben und dafür wird er kostenlos alle Kurse an sich ziehen wir werden das so machen dass der Hausarzt den Vorgriff auf alle Hallen auf alle Gemeindehäuser auf alle Volkshochschulräumlichkeiten auf alle Tanzschulen räumlichkeiten überall auf alle Fitnessstudios überall das Vorgriffsrecht bekommt soweit das mit privatrechtlichen Gegebenheiten vereinbar sein kann im Zweifelsfall muss man dieses Vorrecht erkaufen von Seiten des Staates indem man quasi die Fitnessstudios teilweise da also finanziert und entsprechend sich dann entsprechende Mietverträge erstellt von Seiten des Staates und dann können die Hausärzte wirklich aus dem Vollen schöpfen und eine Gesamtpalette all dessen was mich glücklicher und gesünder leben lässt bis hin zum Singen Tanzen Musizieren und so weiter sodass wir dann in den Hausarztgesundheitsgemeinschaften schon die Vorbilder für ideale Gemeinschaften dann haben und dort quasi ein Paradies auf Erden entsteht und das kann nur entstehen entweder indem sie jetzt bei uns bei den Gemeinschaften mitmachen und das alles bei uns lernen kostenlos natürlich alles oder indem sie die Gemeinwohl wirtschaftliche Weltwende unterstützen dann kommt es automatisch über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften ich gebe weiter ja danke Dillen danke und ja diese Hausarzt Vertrauensgemeinschaften Gesundheitsgemeinschaften die werden ja schon ein Ort sein an dem man sich ziemlich sicher fühlen kann zum einen durch diese Mechanismen also die Wohlfühlstimme und dass da gemessen wird wie sehr geht es jetzt Menschen besser was der Arzt dann eben daran auch gebunden ist also seine Lebensqualität seine Einkünfte sind ein bisschen verknüpft damit dass er wirklich auch Gesundheit seiner Patienten erzielt das ist also ein Verfahren wo man auch durch solche Mechanismen wie Wohlfühlstimme und so eine Art von Gemeinschaftsstruktur sich relativ sicher fühlen kann dass da jetzt keine Manipulation für Profitinteressen geschieht die die Menschen eigentlich kränker machen Ich begrüße übrigens kurz den Walter der angekommen ist ja mache weiter ja hallo ja grüß an dich an willkommen ja wir sind bei Vertrauensmaßstäben also wo kann ein Mensch nicht nur in Talks dass er da wirklich auch respektiert wird und freie Argumente Kultur geboten bekommt sondern insgesamt wie kann man sich sicher und geborgen fühlen im Sinne von Vertrauenswürdigkeit und da hatte ich schon gesagt nach außen hin kann man hingehen und kann alles prüfen nach drei Maßstäben Transparenz und in der Transparenz handelt der andere nach Werten die mir gut tun und wenn ich ein Mensch bin der sein wohl mit dem wohl der Welt identifiziert handelt der andere verlässlich nach den Werten global denken lokal handeln und so weiter diese Maßstäbe sollte man natürlich auf sich selbst auch anwenden das heißt belüge und betrüge ich mich in mir selbst vielleicht oder gewähre ich mir denn im inneren Gespräch mit mir selbst einen Austausch mit mir mit meinen Persönlichkeits Schichten oder Anteilen der offen und ehrlich ist und alles auf den Tisch kommen lassen will und nach Argumente Qualität gehen will und das noch am besten was im ganzen sinnvoll und verantwortlich ist also man würde damit die Maßstäbe erfüllen was auch die Entwicklungspsychologie als echte Persönlichkeits- und Verantwortungsreife bezeichnet dass eben ein Mensch nicht da oberflächlich funktioniert vielleicht ganz ohne Bewusstsein von richtig und falsch einfach wo er gedrückt wird wo er bestraft wird erpresst wird oder wo er einfach Spielregeln blind befolgt ohne sich nach dem Sinn zu fragen und ob das vielleicht ein Verbrechen ist also das sogenannte Postconventional Level in der Entwicklungspsychologie besagt dass ein Mensch der sich da dieser Reife bewusst wird sich damit überhaupt so angemessen beschäftigt der wird sehen er darf nicht nur sich erpressen lassen zu irgendeinem tun er darf nicht blind irgendwie was mitmachen oder hinterherrennen sondern er muss sich selbst die Frage stellen ob das eben in Ordnung ist also ob er das verantworten kann und da sind ja Grundmaßstäbe zum Beispiel die Folgenverantwortlichkeit also kann ich bei dem was ich tue zu den Folgen stehen nicht nur um die nächste Ecke sondern soweit wie die Folgen reichen oder reichen können weil auch unterlassene Hilfeleistung nichts tolles ist und werden zumindest elementarste Werte eingehalten wie jetzt was weiß ich die Menschenrechte worauf sich die Menschheit einigen konnte ja also wenn man so darauf achtet ob man ehrlich zu sich selbst ist und ob man überhaupt die reife Frage stellt dann kann man da schon in Einklang mit der Wissenschaft dazu kommen dass man ja weiß wie man sich dann innerlich orientieren sollte also post conventional level und so weiter gut also wir sollten auch zu uns selbst transparent sein wir sollten gucken gehen wir mit uns selbst so um dass es uns gut tut gehen wir mit uns selbst so um dass es ein Wohl ist was gleichzeitig der Welt gut tut und entsprechen und entsprechen damit eben einem wirklich erfüllten einer erfüllten Persönlichkeit man könnte noch ein bisschen tiefer gehen und sich fragen ja okay mit dem Wohl des Ganzen also sein Wohl mit dem Wohl des Ganzen identifizieren warum eigentlich kann ich nicht vielleicht glücklicher werden wenn ich doch hauptsächlich an mich denke wenn ich vielleicht ein Egoist bin oder an meinen Tellerrand denke nur meine Familie auf Kosten der Welt oder meine Lobbygruppe oder was auch immer also es gibt noch eine Dimension die Vertrauensfrage zu stellen die geht noch tiefer nämlich bis zu der Frage was ist das letzte was aus dem ich die Maßstäbe ableiten kann auch den Maßstab das global denken lokal handeln und mein persönliches Wohl irgendwie eine Einheit wäre wie lässt mich das tragfähig begründen also sei es als Vorgeschmack oder als Anregung für meinen nächsten Beitrag da werde ich das dann ein bisschen genauer beschreiben wie man so tief in die Tiefe gehen kann wie ich das bisher für mich herausfinden konnte in meinem Leben alles klar dann gebe ich erstmal weiter ja dann würde ich sagen der Walter ist jetzt dran vielleicht Walter für dich ganz kurz als Information wir haben zwei oder drei Live Zuschauer Live Fernseh Zuschauer wenn du dich denen zeigen willst kann ich dein Bild entsprechend groß machen dann aber nicht einfach so ah ja jetzt ich warte ich mach dich mal groß ich muss das allerdings alles erst lernen das ist unheimlich kompliziert ich hab hier technisch einen Aufwand ohne Ende jetzt müsste ich noch die Sprecheransicht hinbekommen Sprecheransicht und dann muss ich dich noch nehmen wieso ist der Walter jetzt nicht groß achso Walter sag du mal was da müsstest du als Hallo ja es kommt oft indem man tätig wird Walter noch ganz kurz für dich die Bemerkung dass wir dass es darum geht eben den Fernsehzuschauern vielleicht auch zu sagen was dein Wandelansatz für die Menschheit ist was du den Zuschauern sagst wie du empfiehlst dass wir die Menschheit zu einem besseren Leben zu einer besseren Welt zu einem besseren Deutschland kommen das auch immer und das versuchst vielleicht so konkret wie möglich in den nächsten Minuten zu schütteln ja ja dankeschön erst mal zur Erklärung für mein du kannst loslegen zur Erklärung für mein also jetzt hast du Tonprobleme ja sorry das kann ich nicht so großartig beeinflussen also ich hoffe es klappt mit dem Ton ich kam zu spät danke ja wenn es besser ist brauchst du es nicht kommentieren eigentlich sorry ja ist immer wieder eine Unterbrechung also ähm ich war bis jetzt eben in einer anderen Zoom-Konferenz wo es um die Software ging das heißt da waren sieben Programmierer ich bin ja nur Ingenieur und kein Programmierer aber es ging darum ähm dass ja auch die Grüne oder die humanistische und die Friedensbewegung und die Ökodorfbewegung eine Art Plattform brauchen eine Software Plattform äh besser als Facebook besser als Telegram äh besser als Zoom und alle diese Tools zusammen und die dennoch irgendwie energetisch ausgeglichen werden soll ohne ohne Euro ohne Dollar ohne Währung sondern durch Energie der Teilnehmer dort dran arbeitet dieses Informatiker Team ähm und sie wollen sozusagen ein Tool was schon mal aufwendig entwickelt wurde und so eine Art Mini SAP darstellt äh jetzt weiterentwickeln und umbauen und so so eine Art Public Domain machen was natürlich trotzdem hack sicher ist und ähm die Menschen frei verbindet und vernetzt also ohne dass dieses tolle Tool was wir irgendwann mal nutzen wollen dann wieder von irgendeinem Konzern aufgekauft und vermarktet wird also da komme ich jetzt gerade her und das ist natürlich ein weitreichendes Thema denn wie wir ja sehen ist unsere gemeinsame Vernetzung das A und O sonst könnten wir jetzt auch hier so nicht sprechen also ähm ist ja gut wenn man zu Hause bleiben kann und nicht zu Treffen fahren ähm wenn der Sprit noch teurer ist als zwei Euro wollen wir ja gerne alles online machen weitgehend oder vielfach und trotzdem sicher sein dass wir nicht gehackt werden dass wir nicht gestört werden dass wir nicht okkupiert werden also das ist das Thema der der Programmierer der neuen humanistischen Welt der Liebe und mein Beitrag dabei ist dann eben auch Orte zu schaffen weil äh es geht natürlich irgendwo langfristig auch nicht ohne neue gemeinsame Orte die dann das Büro beherbergen die eine große Küche haben die einen Festsaal zum Treffen von vielen Menschen bereithalten also die realen Orte sind dann natürlich ein genauso wichtiger Baustein wie die Vernetzungssoftware Dankeschön Jetzt bin ich wieder dran nachher werde ich nochmal versuchen ich mache das aber jetzt mal ganz kurz hier nochmal ob ich ob ich dich nachher noch größer kriege ja lass mal deine Kamera drauf damit ich das jetzt sehen kann ob ich das ach nee jetzt hat sich der Walter wieder ausgeschaltet ja lass dich mal kurz drauf damit ich sehen kann ob ich dich noch größer kriege nachher in der Aufnahme oh ja das klappt da geht noch ein bisschen was beim nächsten Mal kann ich dich dann in der in der Aufnahme sogar noch größer schalten aber jetzt gehe ich wieder auf diesen Modus hier zurück Standard heißt der der Modus ja so jetzt bin ich wieder im Standard Modus ja es geht also noch größer gut dass wir das auch wieder gelernt haben und ja mein Beitrag ist ja der und dazu mache ich ja natürlich wieder Schaubilder an Moment hier da haben wir wieder den Öff-Öff und ich wandere wieder durch die Schaubilder ja also erstens wir sozusagen als Naturwissenschaftler oder ich kann ja jetzt auch mal ein Bild von mir kurz einblenden hier eines der neueren Fotos hier das ist das eine neue ja das lasse ich mal eingeblendet ja ich wir haben hier im von mir ja als New World Economic Forum verstandenen Wandelgesprächs Aspekt sozusagen haben wir von vielen Seiten den Wunsch auch letzte Mal geäußert dass wir doch möglichst eine Gesellschaft kriegen sollten die möglichst frei von Konkurrenz sein sollte und von anderen habe ich gehört dass es auch möglichst frei sein soll von Geld von Selbstlosigkeit und von egoistischen Zügen und dass sie möglichst viel das Post-Conventional Levels erreichen sollte und dazu kann ich nur sagen das friedlichste was in der Natur jemals funktioniert hat ist für mich die Bonobo kommunistische Gruppen oder der Bonobo Kommunismus der funktioniert wirklich relativ konkurrenzarm das werde ich aber erst nächste Mal ausführlich darstellen wenn der Lucky wieder da ist dass nämlich tatsächlich eigentlich die Konkurrenz bei den Bonobos kaum spürbar ist die wird nur ganz selten sichtbar weil die eigentliche Konkurrenz findet so statt die Männer schenken spontan alles was sie an Nahrung finden den Frauen und Kindern und in den Körpern der Frauen findet ein Mechanismus statt gibt es mehrere biologische Mechanismen die dazu führen dass sie die die sie als die größten Schenke erkennen dass sie denen eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit und Chance geben Zugang zu den Eizellen zu kriegen denn Sex haben sie mit allen Bonobo Männern der Gruppe aber die Körper entscheiden aha jetzt ist da gerade der der größte Schenker dran geben wir dem doch etwas einen Vorsprung bei dem Weg zu den Eizellen und so kommt es dann also zu einer eigentlich unsichtbaren und eigentlich praktisch nicht spürbaren Konkurrenz vielleicht spüren die Männer dass die größten Schenker vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Liebes Intensität von Seiten der Frauen verspüren und die kleinsten Schenker vielleicht etwas weniger Liebes Intensität und Liebes Begeisterung der Frauen spüren aber diese Konkurrenz ist äußerst milde und sanft aber ganz ohne Konkurrenz sagt die Naturwissenschaft geht das nicht deswegen bleibt die Gemeinwohl wirtschaftliche Lösung auch noch beim Geld sie bleibt also noch beim Belohnungssystem und ein bisschen sanfter milder Wettbewerb bleibt noch übrig weil wir Naturwissenschaftler auch denken vielleicht geht es gar nicht anders vielleicht geht es gar nicht ganz ohne Konkurrenz und vielleicht geht es auch nicht ganz ohne ganz ohne ein bisschen selbst bisschen gesunden Egoismus können wir vielleicht nicht ganz loswerden und wir müssen uns klar sein das habe ich dem Öff noch nie gesagt aber dass das Post Conventional Level ist ja eigentlich kein Naturwissenschaftlich psychologisches Konzept sondern ein moralphilosophisches ethisch moralisches Konzept das Moralpsychologen und Moralphilosophen Lorenz Kohlberg das also von ihm eher eine Wunschvorstellung ist dass die Menschen doch geeignet sein mögen und eine Tendenz haben mögen das Post Conventional Level doch bitte schön ich schließe noch meinen Beitrag ab bitte schön wirklich auch anstreben zu wollen dafür gibt es aber naturwissenschaftlich keine Hinweise es kann sein dass das Post Conventional Level vielleicht sogar nur eine Erscheinung in einer moralisch ethischen Kultur mit moralischen Religionen und so weiter darstellt aber in der Natur eventuell gar nicht erreichbar ist dann wäre es auch in einer kapitalismusfreien Kultur und religionsfreien Kultur auch nicht mehr erreichbar aber generell sind wir uns alle einig dass wir das gute Tun der Menschen drastisch vergrößern wollen das ist unser Minimalkonsens und ich gebe wieder weiter an den Öffers und er hat wieder seine fünf Minuten ja dankeschön dankeschön ja also es ist ja mit der empirischen Grundlage dieser Dinge wie Post Conventional Level ist ja immer eine spannende Frage die Entwicklungspsychologie arbeitet ja auch mit Fragebögen und Dilemma Fragen und leitet aus den Antworten ab nach welchen Maßstäben die Menschen gehen also ist das schon eine etwas empirischere Wissenschaft als wenn sie nur am Schrat sitzen und sich da irgendwelche Theorien ausdenken und ich finde es enorm spannend also beim Post Conventional Level das eine ist dass ich mich ja für alles woran ich mich im Leben orientiere selbst auch als Versuchskaninchen verstehe und gucke wie kann ich Dinge an mir selbst prüfbar machen und das Post Conventional Level zum Beispiel da habe ich den Anspruch schon seit mehr als 30 Jahren dass ich sage das will ich doch mal herausfinden oder auf die Probe stellen auch in meiner persönlichen Lebensweise ob man nach solchen Maßstäben sich so richten kann ja also das ist das mit dem Post Conventional Level hinzu kommt wenn man so will das Post Conventional Level ist sowas wie ein unmittelbar verifizierbarer Anteil unserer geistigen Natur sage ich jetzt mal kann jeder testen indem er hingeht und mit irgendwelchen beliebigen Leuten aus seinem Umfeld drüber redet und ihnen die Frage stellt ist es Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen dass er nicht nur unter Zwang irgendwie handelt oder in blinder Nachahmung sondern dass er hingeht und die Verantwortlichkeit seines Verhaltens prüft anhand von Maßstäben wie Folgengerechtigkeit oder grundlegendsten Wertmaßstäben wie den Menschenrechten dann wird man feststellen dass es in uns einen geistigen Mechanismus gibt der eigentlich jedem Menschen wenn er versteht worüber da gerade geredet wird Zustimmung abnötigt egal ob der selbst sich so danach richtet oder vielleicht lieber so ein Mensch sein will der vom Lottogewinn für sich träumt auch auf Kosten der übrigen Welt aber wenn man ihm als theoretisches Konstrukt dieses Post-conventional level beschreibt und ihn fragt was meinst du ist das so Verantwortungsreife dann schafft es kaum einer zu sagen nee ist keine Verantwortungsreife oder eine Art von Verantwortungsreife zu beschreiben die im Widerspruch dann in den Widerspruch sich stellen mag zu diesem Konstrukt okay aber ich habe heute in einem Vortelefonat ich greife zurück auf das was ich angekündigt habe jetzt für diesen Beitrag habe ich mit dem Dylan schon telefoniert und wir haben uns so unterhalten was sind die allerletzten Grundmaßstäbe wo man vertrauen kann dass da gut mit einem umgegangen wird oder dass etwas echt ist und der Dylan hat ja auch hier jetzt in einem seiner Beiträge schon gesagt also er guckt da sehr stark danach wo kann etwas missbrauchbar sein also dass jemand da was verdienen kann auch durch Schaden oder durch Falsches was er tut wo ist sozusagen das Geld im Spiel in der Art und Weise dass jemand da finanziell aus mir Vorteil schlagen kann auf meine Kosten und wenn diese Möglichkeit da ist ist das zweifelhafter und dubioser und nicht so sicher als wenn das nicht der Fall ist also dass einer nicht aus mir so Profit schlagen kann das ist auf jeden Fall auch ein ganz beachtlicher Maßstab aber dahinter steht ja auch die Frage dann also bei mir genauso wie bei dem anderen Menschen wonach richtet der sich eigentlich also gibt es einen inneren Maßstab der eben nicht jetzt was weiß ich oberflächliche Gier und Egoismus ist gibt es da einen Verantwortungsmaßstab der mich sozusagen darauf holt für Sinn und Wohl des Ganzen mich engagieren zu wollen das für mich so als als Leitmaßstab anzusetzen und ich persönlich in meiner Entwicklung ich habe ja mit 13 Jahren angefangen da fing das bei mir an mit diesen inneren Fragen die ich mir gestellt habe dem inneren Gespräch mit mir selbst worin ich mir klar wurde dass ich eine Orientierung für mein Leben finden will auch einen Lebensplan also ich bin mir sehr bewusst während ich das sage wie ungewöhnlich das ist es gibt ja den frechen Spruch dazu woran liegt es dass die meisten Menschen ihre Lebensziele oder ihren Lebensplan nicht erreichen weil sie gar keine haben oder gar keinen Plan gut okay aber jedenfalls bei mir war das mit 13 so dass ich diese Orientierung und diesen Plan haben wollte und dann war schnell klar dass eine ganz ganz grundlegendste Weichenstellung dafür wohl sein müsste also wenn man nicht ich höre das Bieten genau also mir war schnell klar hört gar nicht mehr auf mir war schnell klar dass eine grundlegendste Weiche um nicht vermeidbar für unwichtiges und verkehrtes zu leben wäre dass ich mir genau das eben auch vornehme nämlich immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort zu suchen auf die bestbegründbare auf die wichtigste Frage immer die bestbegründbare Antwort damit ich nicht vermeidbar für unwichtiges und verkehrtes leben würde und daraus haben sich dann ganz grundlegende Maßstäbe ergeben die nicht nur darauf davon abhängen ob äußerlich jetzt irgendwie was weiß ich eine Annahme von mir richtig ist oder falsch oder welche äußeren Folgen etwas hat was ich tue sondern eine intrinsische Werterkenntnis und die beschreibe ich aber dann beim nächsten Mal ich gebe weiter danke ja der Wandel der Wandel soll natürlich global stattfinden der Wandel ist evolutionär das heißt es findet sowieso Wandel statt und als Utopist und vielleicht nicht in dem Sinne als politischer Realist sag ich mal jetzt ganz naiv der liebe Gott wird es schon machen das heißt die Erde unsere Erde die ganze Welt sehe ich als Lebewesen an und die Menschen als Gehirn also die menschlichen Wesen die Sprecher die Denker also die Denker sowieso die Denker sind ja auch Sprecher aber die Sprecher die nicht unbedingt Denker sind sind auch die Gehirnzellen der Welt dann eben noch nicht in der vollen Resonanz mit dem Sinn und mit dem Geist aber sie wollen erweckt werden sie wollen aktiviert werden sie wollen reingeholt werden in den großen Sinn und wir vermitteln wir wollen eben diesen Sinn vermitteln das ist erstmal das Wesentliche wie im Gehirn des Jugendlichen der die Pubertät durchschreitet und Erfahrungen sammeln muss also das Gehirn reift vom Kindsein zum Erwachsenen Dasein insofern gibt es für mich auch keine Schuldfrage weil wir eben als Menschheit noch nicht erwachsen sind in dem Sinne aber gerade die Schwelle überschreiten also die Pubertät hinter uns lassen 2020 und reifer werden und insofern uns unserer Verantwortung besser bewusst werden und in dem Maße wie es geschieht das heißt die Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und zum Sinn finden wie ja der Sinn jedes individuellen Gehirns auch ist seinen Körper dessen Teil er ja ist gesund zu erhalten und nicht nur das sondern möglichst auch noch glücklich so soll die Menschheit eben auch dieses imaginäre Glück und die Gesundheit der ganzen Erde bewirken das sehe ich als Ziel und Sinn der Evolution an und da wird auch meiner Ansicht nach unweigerlich hingehen und wir sind jetzt an einem Punkt wo mehr und mehr Vernetzung darüber stattfindet durch Internet und Telefon und alles was es ja vor 50 Jahren noch nicht in dem Maße gab wo wir auch Satelliten haben um von oben erstmalig den Gesamtorganismus zu dem wir gehören einmal zu sehen und in dem Maße wie wir erkennen und bilden und miteinander Intelligenz anwenden wird natürlich auch die Erde schöner bewusster gesünder werden indem alle Lebewesen gesünder und glücklicher werden die Pflanzen die Tiere und die Menschen und dementsprechend wird natürlich auch die gesamte Infrastruktur die jetzt Dylan und Öffi so als Detailpunkte erwähnt haben in den großen Sinnen mit hereinkommen und zum Beispiel Krankenhäuser werden dann Gesundheitszentren sein wo man ohne Abrechnungsbasis einfach mal hingeht um mit netten Menschen zu sprechen wo man einen gesunden Tee erhalten kann wo man ins Sportstudio gehen kann wo man sich Empfehlungen von Fachmenschen holen kann die wie liebevolle Väter und Mütter sind und nicht wie Menschen die die selber Lebensangst haben weil sie nicht wissen ob sie ihren monatlichen Profit reinkriegen also ich stelle mir da Gesundheitszentren vor das ist die Weiterentwicklung der jetzigen Krankenhäuser wo wir eben von vornherein bevor wir krank sind etwas für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden tun ja wie gesagt du musst nicht sofort zum Ende kommen sondern kannst deinen Gedanken immer noch rund machen aber wenn das jetzt rund war dann gibst du weiter ja dann gucke ich mal was ich wieder in der Technik machen kann hier ich muss das wieder groß machen sonst komme ich da gar nicht dran oder wieder so und jetzt Walter so jetzt suche ich mal mein Schaubild hier ich bleibe heute bei diesem Schaubild wo ist es ja da war es doch eben oder ja da war es dieses Schaubild zeige ich ja heute und weil einfach sozusagen ich habe vorhin meinen Beitrag Walter da warst du wahrscheinlich noch nicht da geschwellt darin dass ich erzählt habe welche wundersame Wirkung die Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften sowie Gesundheitshäuser aber die Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften also auch so etwas wie die idealen kostenlosen Fitnessstudio Tanzstudios Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten Sportveranstaltungen alles kostenlos von den Hausarzt Gesundheitsteams geboten weil der Arzt kriegt ja nur noch Geld wenn ich nie krank werde also wird er mir ein Angebot bieten dass ich rauskomme aus der Einsamkeit rauskomme aus der Alkoholkonsumsucht aus der Zigarettenkonsumsucht aus der Süßigkeitenkonsumsucht rauskomme weil ich so viel Lebensfreude in dem kostenlosen Kursangebot das Hausarzt Gesundheitsteams habe oder das Altenheim Gesundheitsteams habe das also quasi genauso bewertet wird wie eine Hausarzt Gesundheitsgemeinschaft oder ein Hausarzt Gesundheitsteam bewertet wird und immer wird gemessen Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden Mitarbeiter und Anwohner ja das heißt also diese warum machen wir warum sagt auch Christian Felber warum geht er nicht weg von der Belohnung warum geht er nicht weg vom Geld obwohl er selbst ein sehr marxistischer Mensch ist ja warum geht er davon nicht weg weil wir Naturwissenschaftler und er als Drittel ein Drittel Naturwissenschaftler ist auch sehr geisteswissenschaftlich aber ein Drittel hat er auch Naturwissenschaft im Kopf sozusagen weil wir davon ausgehen dass es doch also ich wünsche mir ja dass der Öffi und dass alle pädagogischen Wege die den Menschen sozusagen eine auf die Geisteskraft orientierte einen Weg hin zum Gutes tun über Klarheit der Erkenntnis über gute Argumente und das Beste sinnvoll Beste für das Ganze tun dass die Menschen das schaffen wir Naturwissenschaftler haben aber den Zweifel dass es bei allen Schichten der Gesellschaft wirklich vollständig gelungen gelingen kann am ehesten kann ich mir das bei sehr moralisch ethisch ausgerichteten hochgebildeten Personen vorstellen dass die das wirklich gut schaffen was Öffi da sozusagen vorhat mit ihnen sozusagen als Entwicklungsweg als Persönlichkeits Entwicklungsweg aber wir haben Zweifel ob wirklich alle Schichten der Gesellschaft für solche Dinge überhaupt erreichbar sind einfach weil wir auch bei den Bonobos sogar bei den Bonobos erhebliche Mitläufer Tendenzen feststellen und kein eigenständiges Denken auch bei Bonobos manchmal feststellen ja also von daher denken wir dass es eben genauso wie es bei den Bonobos noch einen Rest an milden Wettbewerb und Anreizen gibt dass wir auch bei Menschen zumindest als Übergangsphase diese Anreize brauchen in denen der Hausarzt der Supermarktleiter also dieses Schaumbild das ich jetzt zeige das können wir uns hier als Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften vorstellen die alle darum konkurrieren milde und sanft dass sie versuchen in der Umkreissuche im Computer als die Hausarztgemeinschaft angezeigt zu werden die nachweislich die größte Gesundheitswirkung den größten Gesundheitsnutzen entfaltet denn die werden sich die also ich werde als Mensch ab und zu gucken aha welche meiner umliegenden Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften mit deren jeweils faszinierend Gesundheitsangebot und ich darf immer zwei Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften mir wählen vielleicht eine stärker psychologische eine stärker körperbezogene und dann werde ich gucken in der Umkreissuche im Internet und da wird mir vom Bundeswahlleiter immer angezeigt welche Gesundheitsnutzen Punkt Zahl welche Hausarzt Gesundheitsgemeinschaft wird und wenn ich sehe dass in meiner Nachbarschaft da eine viel bessere ist als meine bisherigen werde ich dorthin wechseln denn ich will doch den größten Gesundheitsnutzen für mein Leben haben und wer heit hat recht also wer Krankheiten verhindert hat recht und genauso wird es bei den Supermärkten sein also man kann dieses Bild auch als die umliegende Umkreissuche der Supermärkte sehen der Restaurants und so weiter und alle anderen Anbieter von Dingen und das stelle ich mir wie ein Paradies auf Erden vor und das obwohl es in dieser Zwischenstufe zumindest immer noch Geld gibt immer noch ein bisschen Wettbewerb gibt immer noch ein bisschen Egoismus gibt und trotzdem stelle ich mir das als den glücklichsten Weg vor ich gebe weiter Ja danke den Vorrednern Okay ich mache mal weiter mit der Frage und ich sage gleich dazu also ich bin ein Fan der Mehrschienigkeit und ich glaube für den Wandel in der Welt braucht es diese verschiedenen Strategieansätze also wie Dylan es da beschreibt auch mit anderen Belohnungs oder Anreizsystemen ja und auch mit dem Versuch dass die Menschen eben in sich schauen was sie da an Persönlichkeits- und Verantwortungsreife entwickeln können also all diese Schienen diese Mehrschienigkeit braucht es und es braucht Modellgemeinschaften worin die Menschen die verschiedenen Varianten auch mal erleben können um dann auch zu schauen was es mit ihnen macht und wo sie am besten sich fühlen also denken dass sich das für sie auch am meisten lohnt okay und damit komme ich aber zu dem Punkt wie kommt man an die tiefste Wertegrundlage um zu beurteilen worauf sollte man sich einlassen also eine Wertegrundlage die auch dann ja klar macht warum man sich darauf einlassen sollte sein eigenes Wohl mit dem Wohl der Welt irgendwie zu verbinden oder überhaupt verantwortlich sein zu wollen und ich fragte ich bin da als 13-jähriger Jugendlicher in diese innere Orientierung gegangen und ein Prinzip wo eigentlich auch niemand widersprechen wird ist dass ich gemerkt habe um nicht vermeidbar für unwichtiges und verkehrtes zu leben sollte ich was ich als das organische Denken bezeichne immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort suchen und im Gespräch mit Dylan heute am Telefon hatten wir auch ja man guckt dann natürlich nach außen wo erweist sich eine Annahme oder Erkenntnis die man hat als richtig oder falsch oder was bekommt man für das was man da tut oder bei der Orientierung die man wählt mit welchen Folgen positiven oder negativen Folgen ist das dann verbunden sind interessante Maßstäbe aber ich glaube eben es geht noch tiefer und das beschreibe ich jetzt wo ich auch mit 13 dann drauf gekommen bin also bei den allergrundlegendsten wichtigsten Fragen und bestbegrundbaren antworten antworten und ich lade euch gleich alle ein liebe Leser mit überlegen wo könnte man das noch besser machen also die Fragen besser stellen die Antworten besser geben wo ist da eben etwas vielleicht noch nicht so toll wie es sein könnte dann bereichert mich dadurch oder die Entwicklung aber ich bin als Jugendlicher zum Ergebnis gekommen die wichtigste Frage und der wichtigste Maßstab ist was macht mich glücklich denn warum sollte ich mich auf irgendetwas anderes einlassen egal ob das irgendeine Moralvorstellung ist ob das irgendein wirtschaftliches Erfolgskonzept oder was auch immer ist also was macht mich glücklich und der nächste Punkt nächste wichtige Frage und die Antwort was bin ich denn was ist mein Wesen was sind meine Wesensbedürfnisse und wie kann ich die denn erfüllen und dann kommt man eben wenn man schaut also ob jetzt Biologie Philosophie das Animal Rationale der Mensch mit seiner Vernunft Seele man landet bei so einer Vorstellung von Menschen als dem Wesen mit der Vernunft Seele also was so denken kann und sprechen kann und darin seine Entwicklung nehmen kann und ja also da bin ich an einem Punkt noch also das sind sozusagen intrinsische Werte im Menschen die nicht davon abhängen jetzt ob er nach außen guckt ja wenn ich das jetzt anwende habe ich da überall immer recht oder wenn ich da jetzt was eine Erkenntnis oder Schlussfolgerung kann die richtig oder falsch sein klar kann sie aber dass ich so denke und so in solchen Schlussfolgerungen mich entfalte das wird so ungefähr erlebt ich habe mir mal ein Bild dafür auch ausgedacht um das deutlich zu machen das ist wie als wäre ein Mensch der sagt ich habe eine künstlerische Ader und die muss ich ausleben das ist so ein wesentlicher Zug in mir so ein Bestandteil meines Wesens ich mache mich auf jeden Fall unglücklich wenn ich das nicht auslebe ob bei dieser künstlerischen Ader jetzt jedes Bild was wird oder ob ich damit mal Geld verdienen kann oder welche Folgen das auch äußerlich für mich hat wie weit ich damit komme und sowas alles ist egal also ich merke das ist so wesentlich in mir dass mein Glück mein inneres Gedeihen davon abhängt ob ich das mache also wichtiger als künstlerische Ader ist natürlich die moralische Ehre eines Menschen sein Gewissen oder sowas aber ich habe jetzt mal die künstlerische Ader als Bild genommen von der Art jedenfalls ist auch die Erkenntnis ich bin ein Mensch mit Vernunft Seele ich kann so denken und sprechen da brauche ich gar nicht groß gucken eben äußerlich wie oft irre ich mich dann jetzt im Einzelnen oder was kriege ich dafür das ist viel stärker noch als die künstlerische Ader die ein Mensch da hat als seine Besonderheit ist das das allgemeine Menschsein was sich in diesem Wesen so ausdrückt oder damit beschrieben werden kann und damit komme ich jetzt zu dem Punkt wie verbindet sich dann eigenes Wohl mit dem Wohl der Welt wenn man das ernst nimmt dass man im Wesen eine Vernunft Seele wenn man es ernst nimmt dass man in seinem Wesen eine Vernunft Seele ist und schaut sich an was ist denn Vernunft und so dann sieht man das ist Denken was nach Sinn strebt am besten natürlich einen Sinn im Ganzen und damit landet man automatisch dann bei dem was im Ganzen sinnvoll und gut ist also man sieht die Erfüllung seiner Vernunft Seele in dem was insgesamt sinnvoll und gut ist was global denken lokal handeln entspricht und daraus kann sich dann vieles andere ableiten dass man vor allem eben auch mit seinem Mitmenschen mit den anderen denkenden Wesen sich einigen müsste darüber so insgesamt verantwortlich zu leben und zu handeln und das ist dann das erfüllende Leben ich will nur einen Schlenker noch dran hängen weil wir sind auch vor neun also von meiner Seite aus ist das dann der letzte inhaltliche Beitrag den ich gebe ihr kriegt hinterher vielleicht noch eine Umarmung durchs Telefon oder Internet zugeschmessen liebe Zuschauer aber als inhaltlicher Beitrag ist das von mir das letzte und ich nehme das mit Freude immer zur Kenntnis wenn Walter gesagt hat er hat da so Informatiker und die überlegen wie kann eine tolle Zukunftsplattform sein und ich bin ja auch der Ansicht wir sollten alle Elemente wo irgendwas in eine gute Richtung geht auch miteinander verknüpfbar machen aber ich muss schon sagen dass wenn ein Mensch eben aus diesem Gesichtspunkt heraus Vernunft Seele und Sinn und Wohl des Ganzen als höchster Maßstab dann wird er nach einer Ganzheitlichkeit und ganzheitlichen Ausgewogenheit schauen also ich bringe es mal provokativ auf eine formelhafte Aussage wenn wir alle hier als Mitglieder einer großen Mafia Bande leben die am Tag etliche Menschen ermordet und abends die Beute verteilt dann ist es sicherlich nicht gut oder nicht ausreichend wenn man sagt wir machen eine ganz tolle Plattform auch für Veränderung und sowas aber wir bleiben dabei eben Mitglieder der Mafia Bande auch in unserem Namen wird weiter gemordet und geraubt und Beute verteilt also es gibt die Gefahr dass man sich da irgendwelche Lieblingsaspekte des Alternativseins aussucht und praktische Grundweichen dabei unverändert ungewandelt lässt wo man eigentlich sofort aufschreien müsste und müsste sagen egal ob ich eine Plattform oder so eine Informatik Sache mehr mehr dass jetzt hier diese Mafia Bande Morden und Rauben und Beute verteilen kann sofort sage ich schon mal dass das aufhört und dann kann ich gucken wie gut ich noch Beiträge leisten kann zu solchen Plattformen aber dass ich da Beiträge leisten will zu solchen Plattformen kann keine Begründung sein zu sagen da brauche ich dann für dass ich noch Mitglied der Mafia Bande bin und das Mord zu Rauben ist okay also ich gebe weiter ja dankeschön da gebe ich dir natürlich recht und unsere Zwickmühle als mündige Bürger besteht ja an sich darin dass wir nicht so mir nichts dir nichts von der realen Welt in die ideale Welt springen können also innerlich ja aber äußerlich nein weil wir sind ja noch Angehörige einer Gemeinde einer Stadt eines Landkreises eines Bundeslandes und eines Staates eines Kontinents und diese Grenzen die da die Menschen oder ich sag mal die Zellen des einen globalen denkenden Gehirns noch voneinander trennen die sind wohl so noch lange nicht aufgelöst aber wir sind ja wie gesagt durch das Erwachsenwerden der Menschheit dabei also solche solche Feindseligkeit schaffenden Grenzen aufzulösen denn auch das menschliche Gehirn hat ja Bereiche also man braucht sage ich jetzt nicht sondern man hat ja einfach Natur gegeben auch Grenzen Funktionsgrenzen Kompetenzgrenzen Möglichkeitsgrenzen Ressourcengrenzen die sich so nicht abschaffen lassen sondern die von der ganzen Natur einfach auch da sind wie eine Grenze zwischen Wasser und Land die sich dann Strand nennt und dennoch können wir als Gehirnzellen ja den übergeordneten Sinn immerhin jetzt schon so erkennen indem wir sagen keine Gehirnzelle ist minderwertiger als die andere oder keine Gehirnzelle hat das Recht über Leben und Tod der anderen Gehirnzelle zu entscheiden also da gibt es neue ethische Prinzipien wenn wir uns als Lebewesen Erde identifizieren und als als denkendes Gehirn der Welt und wenn das irgendwann mal gängige Meinung ist durch die Aufklärung wie ja auch der Luther eine Aufklärung betrieben hat und wie früher die Philosophen schon Aufklärung betrieben haben so gibt es auch jetzt eine moderne Aufklärung die ja weitergeht und immer weitergeht bis wir in der allliebenden futuristischen Gesellschaft sind die durch Väter und Mütter bestmöglich geleitet wird durch Waisenräte und so weiter die man in seiner Nachbarschaft hat und durch gesunde klare enge Kommunikation so lange naja denken wir und handeln wir in dieser Realität und stoßen natürlich an die Grenzen unserer Mitmenschen die eventuell noch sehr im Ego sind und sehr unter ihren eigenen Schulden leiden die sie aufnehmen mussten für ihr Haus oder Auto und die auch unter ihren eigenen Schuld komplexen leiden die ihnen gegeben wurden durch Erziehung und Karma und geschichtliche Ereignisse die sie durchmachen mussten also in diesem Sinne bleibe ich sicherlich optimistisch und bitte euch auch in der Hoffnung und im Optimismus und in der Liebe zu bleiben und damit sage ich danke und gute Nacht für heute ja und ich versuche gerade mal ob ich doch auch durch Sprecheransicht nee also wenn ich selbst rede kann ich nicht zum Sprecher werden das scheint nicht möglich zu sein aber ich mache die Galerie Ansicht da sehen wir noch mal alle Anwesenden und mich mit Foto und meine Schluss Bemerkung und meine Schlussrunde ist dass ich so ich muss erst mal dazu sagen ich kriege weil ich so viel Technik hier um mich rum habe so viel Gerätschaften so viel alles mögliche ich kriege hier nicht alles mit ich kriege das meiste erst mit beim zweiten und dritten mal anhören wenn ich es mir hinterher noch mal anhöre also muss ich um Entschuldigung bitten dass ich mich vielleicht verhört habe ja aber ich meine ich habe zu wenig gehört ich denke nämlich an die zukünftigen Zuschauermassen die hoffentlich dann kommen wenn wir hier plötzlich mit Sarah Wagenknecht und anderen Promis sitzen ja und dass ich den zum Beispiel beim Öffi einfach oder auch beim Walter jetzt nicht das konkrete Angebot an die Zuschauer als Menschen als Wähler gehört habe ich formuliere mal so wie ich was ich denken würde zum Beispiel dass Öffi sagt genau das was ich in meinem Lebensweg nachvollzogen habe als meine eigene Persönlichkeitsentwicklungsweg hin zu einem optimalen Leben das kann ich euch mit vielleicht vielen bei mir ausgebildeten Lehrern Lebenslehrern könnte ich euch in der Gesellschaft oder zumindest in der Gemeinschaft in die ihr einzieht oder hier in unserer Online-Gemeinschaft denn wir haben ja die Multifunktionalität der Talks sozusagen könnte ich euch beibringen auch diese Persönlichkeitsreifung nachzuvollziehen und mit zu entwickeln und ich verspreche euch dass das auch zu eurem Lebensglück führen wird das wäre so ein konkretes Angebot was mir fehlt als oder zumindest bei mir nicht so als so ein konkretes Angebot das ich greifen könnte rüberkommt oder auch zum Beispiel oder könnte Öffi auch zum Beispiel sagen ich kann euch auch wenn ihr dann in der Gemeinschaft lebt durch Appellieren zum richtigen Leben bewegen und vielleicht kann ja Öffi und Walter auch gleich nochmal sagen wie sie ihr Angebot so auf einen Satz bringen würden was sie eigentlich den Menschen anbieten denn ich bringe jetzt nochmal mein Angebot auf den Weg ich kann euch wenn ihr in die Gemeinschaft Köln-Süd kommt beibringen wie ihr viel viel glücklicher und konfliktfreier und streitfreier und aggressionsfreier und glückseliger und befriedigter und konsumsuchtärmer und mit einem viel geringeren Raubbau an der Erde viel glücklicher und zufriedener leben könnt durch das Leben in der Gemeinschaft Köln-Süd das kann ich euch beibringen das garantiere ich euch und verspreche ich euch das habe ich 54 Jahre gelernt und das kann ich euch beibringen und ich kann der Partei des Gemeinwohls oder der Bundesregierung die wir hoffentlich bald beraten wenn alles klappt denen kann ich beibringen wie man einen Staat in eine ideale gemeinwohlwirtschaftliche Gesellschaft mit Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften und mit einem Paradies auf relativen Paradies auf Erden ich kann das unsere 23 Professoren und Doktoren können das vom Weltrat von den Next Scientists for Future unsere ehemalige Bundesministerin weiß auch genau was zu beachten ist an Abläufen in Ministerien ich kann das den ganzen Staaten der Welt beibringen unsere 23 Professoren können das den ganzen Staaten der Welt beibringen das ist unser ganz konkretes Angebot bitte liebe Zuschauer liebe Fernsehzuschauer wählen Sie mit Ihrer Wahlstimme falls Sie jetzt wählen wollen ich hoffe dass ich das dann im Chat sehen könnte wählen Sie ich bitte voten Sie für Weltrat Next Scientist for Future also entweder Kommunen und Gemeinschafts Anleitung hin zum besseren Leben in der Gemeinwohl Gemeinschaft Köln Süd oder wählen Sie die politische Lösung der Gemeinwohl wirtschaftlichen Weltenwende und wählen Sie bitte Weltrat und Next Scientists for Future und dann könnte man jetzt bei den Zuschauern also wenn es zu Wählerwanderungen käme könnte man jetzt von einigen Zuschauern bekommen ja bei mir hat sich durch die Argumente was geändert ich bevorzuge früher habe ich bevorzugt den Lösungsansatz jetzt bevorzuge ich den Lösungsansatz ja das war soweit mein Schlusswort und wir können ja alle nochmal wir haben ja immer das Grundgesetz wenn jemand noch was ganz Wichtiges hat gerne jetzt nochmal sagen Öffi vielleicht du nochmal deinen Ansatz mal auf einen Satz bringen und Walter vielleicht auch nochmal auf einen Satz bringen ja also ich kann sagen wobei ich muss dazu sagen das sind ja jetzt bei dem was die Zuschauer direkt ansprechen also meine bitte nochmal die Fernsehzuschauer direkt ansprechen denn die würden ja jetzt voten ja genau mache ich aber ich wollte sagen ich sehe das was du beschrieben hast und das was ich da sage ja eher als Aspekte eines Angebots also wenn die zum Beispiel in so eine Gemeinschaft dann kommen und würden da ein Praktikum machen dann würden sie in derselben Gemeinschaft die jetzt von mir oder von dir wäre die Möglichkeit haben sich zu überlegen ob sie eher an so was interessiert sind wie solchen Anreizsystem wie Wohlfühlstimme oder ob sie Postconventional Level ausprobieren wollen also insofern ist es da ja schwer für was unterschiedliches zu voten aber ich kann ganz allgemein sagen das wichtigste ist wer in freier Argumentekultur nach einer Lösung suchen will der findet von mir auf diesem Zugang jemanden der sein ganzes Leben für einsetzt und von meiner Persönlichkeitsentwicklung bis zu den Gemeinschaftsorten die ich anbieten kann also den Konsens Gemeinschaften globalen Teilens findet er alles was ich bisher schaffen konnte als Angebot auch für sich also das heißt wenn ich nochmal zusammenfasse du bietest deinen persönlichen Persönlichkeitsentwicklungsweg den Leuten an dass du auch ihnen diesen Weg helfen kannst zu gehen genau genau und dafür kann man sich ja dann entscheiden wenn man den für den besten Entwicklungsweg hält dann sagt man ja den finde ich gut den möchte ich dass er in ganz Deutschland vielleicht durch die Pikatoren verbreitet wird dieser Weg kann man das so sagen ja mit allem was dazu gehört den Gemeinschaftsorten Möglichkeiten ja klar genau also wir zehn Locations hast du an der Hand oder mit Gemeinschaft Köln-Süd haben wir elf Locations an der Hand und dort können wir kannst du speziell diesen Weg unterrichten und ich kann kleine Variationen den naturwissenschaftlichen Kommune Lebensstil auch unterrichten ja und Walter wie würdest du dein Angebot an die Zuschauer formulieren also mein Ansatz geht an die Schulen und an die Kirchen auch weil wir brauchen eigentlich keine Prediger mehr in dem Sinne wie Lehrer oder Pastoren die vorne stehen und einer schweigenden Masse predigen auf alte Art sondern der Anspruch jetzt der lebendigen zeitgemäßen Lebewesen ist sich gegenseitig kennenzulernen und zu befreien von von Routinen und Schemen und Dogmen und Bevormundungen und insofern sehe ich vielleicht eine Reformation der Kirche darin dass wir die Bänke im Kreis aufstellen und Gott sozusagen darin gehend verehren dass wir miteinander sprechen als lebendige Wesen uns zeigen uns bekennen uns auch als sensible fühlende Wesen zeigen und einfach die Menschen unserer Region unserer Umgebung näher kennenlernen und echte Freundschaften schließen das ist die neue Religion die darin besteht dass wir uns kennen und wertschätzen in den Schulen ist eine ebenso grundlegende Reformation nötig und was Deutschland als erstes braucht und dafür stehst du ist eine Bildungsreform mit einem völlig neuen Bildungsideal das ganz anders als das bisherige ist und dadurch die Menschen sich also auch ganz anders entwickeln als jetzt in der kapitalistischen Bildungslandschaft Das kann man wohl so sagen auf jeden Fall genauso wie die Gesundheitshäuser offen und frei sind und sämtliche Möglichkeiten und sämtliches Wissen bieten gesund zu bleiben so sind auch Schulen und Universitäten einfach frei und offen und können von Kindern Jugendlichen aber auch von jedem Erwachsenen frei besucht werden um die Bildungsinhalte sich zu holen die an dem Tag für das Individuum dran sind Ja und dann sage ich nur noch zum Schluss dass leider von den wenigen Zuschauern die wir bis jetzt natürlich nur haben live noch kein Wandel Mitteilung haben also kein Wählerwanderungs Mitteilung haben also dass jemand irgendwie in seiner Wahlentscheidung jetzt anders ist so nach dem Motto früher war ich Fan von Sarah Wagenknecht jetzt bin ich Fan von dem Ansatz von Walter oder von Öff oder von Gemeinwohl GDO Gemeinwohl orientierte Wirtschaftsordnung das haben wir noch nicht aber das wird ja dann irgendwann bei vielen Zuschauern automatisch kommen ja haben wir noch was wichtiges oder können wir uns verabschieden und auf Samstag herzlich alle eingeladen für Samstag die nächste Vorrunde und dann wieder Montag Samstag 20.15 Uhr alle gute Nacht ja free hacks forever gute Nacht ja tschüssi bis bald